Othelie Klimek, genannt Tilly, wurde 1876 in Polen geboren. Als sie vier Jahre alt war, wanderte ihre Familie in die USA aus. 1895 heiratete sie. Ihr Mann starb 1914. Nur wenige Wochen später heiratete sie erneut, doch kurz darauf starb ihr zweiter Mann. Sie behauptete, den Tod von Menschen und Haustieren voraussagen zu können. 1921 heiratete sie ein drittes Mal, drängte ihren Mann, eine Lebensversicherung abzuschließen. Kurz darauf sagte sie seinen Tod voraus und kaufte einen Sarg. Noch im selben Jahr starb er und sie heiratete kurz darauf ein viertes Mal. Doch dieses Mal lief es anders. Nachdem das Ehepaar sich gegenseitig als Erben bestimmt hatten, wurde der Ehemann krank. Verwandte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo eine Arsenvergiftung festgestellt werden konnte. Klimek zeigte sich selbst an, aber gestand nur die letzte Vergiftung. 1922 wurde sie verhaftet und ihre Ex-Männer exhumiert. Ottilie und ihre Cousine wurden 20 verdächtige Todesfälle im polnischen Viertel angelastet. Klimek wurde im März 1923 in Chicago zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 20. November 1936 starb sie im Gefängnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017